Willkommen bei unserem Video über Stiftaufbauten anhand der TRIOS-Scan-Daten. Für dieses Video haben wir bereits einen Auftrag in Dental System importiert. Für weitere Informationen über das Empfangen von TRIOS-Aufträgen, sehen Sie sich das Video TRIOS-Auftrag in Dental System importieren an. Bevor Sie mit der Arbeit am Fall beginnen, empfehlen wir Ihnen, die Angaben im Auftragsformular zu überprüfen. Wenn es um eine Stiftaufbaukonstruktion geht, können Sie das Pfostensystem ausschließlich im Schritt Präparationsgrenze von Dental Designer auswählen. Normalerweise werden diese Informationen im Feld Kommentare im Auftragsformular angegeben. In diesem Video zeigen wir Ihnen auch eine Stiftverankerterkrone, um die zusätzliche Funktionalität der Anwendung zu erläutern. Die in Dental System verfügbaren Stiftaufbautypen sind Standard, anatomische und verschraubte Krone. Wenn Sie den Auftrag in Dental Designer öffnen, beginnen Sie den Modellierungsprozess normalerweise mit dem Schritt vorbereiten. Für dieses Video haben wir alle erforderlichen Anpassungen bereits durchgeführt und gehen direkt zum nächsten Schritt. Ab Dental System 2015 unterstützen wir mehrere Scan-Pfosten für eine stiftverankerte Restauration. Um Scan-Markierungen auszurichten, wählen Sie das richtige System um den passenden Typ des zugehörigen Pfostens im Auftragsformular aus. Klicken Sie auf die blaue Scan-Markierung und anschließend auf dieselbe Pfostenstelle auf dem Zahn. Klicken Sie auf Weiter, um mit dem nächsten Pfosten fortzufahren. Machen Sie nun dasselbe für den Prämolar. Richten Sie zuerst die Scan-Markierung an dem Pfosten auf der labialen Seite aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Pfosten hinzufügen. Wählen Sie das richtige System und den richtigen Typ. Und richten Sie die Scan-Markierung an dem Pfosten auf der palatalen Seite aus. So wie im vorherigen Schritt. Beachten Sie bitte, dass Dental Designer die Auswahl des zuletzt gebrauchten Scan-Pfostens auf Molar nicht speichert. Klicken Sie nun auf Weiter, um die Präparationsgrenze festzulegen. Sie können die Präparationsgrenze entweder automatisch oder manuell festlegen. Um diese automatisch zu platzieren, klicken Sie auf eine flache Oberfläche und nicht auf die scharfen Kanten oder Ecken. Wenn die automatische Platzierung nicht korrekt durchgeführt wurde, wählen Sie die Option zur manuellen Platzierung, wie auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Präparationsgrenze wird später im Model Builder während der Modellerstellung verwendet. Wenn Sie die Präparationsgrenze manuell anpassen, können Sie auch die Option An Rand anpassen aktivieren, um die Erkennung der Präparationsgrenze zu erleichtern. Sie können die Farben in Dental Designer ausblenden, um nur die Scan-Struktur darzustellen, um die Präparationsgrenze präziser festzulegen. Klicken Sie auf Weiter. Die Einschubrichtung für die Krone wird automatisch von Dental Designer während der Ausrichtung von Scan-Markierungen mit den Scan-Pfosten erkannt. Wenn Sie mit der vorgeschlagenen Einschubrichtung nicht zufrieden sind, können Sie diese manuell festlegen. Drehen Sie dazu das Modell in die gewünschte Position und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Wählen. Im Schritt vor Konstruktion der Anatomie können Sie eine zuvor festgelegte Präparationsgrenze der Krone bearbeiten. Außerdem müssen Sie die Präparationsgrenze des blau markierten Stiftaufbaus platzieren. Wechseln Sie zwischen den Symbolen Präparationsgrenze der Krone bearbeiten und Präparationsgrenze des Stiftaufbaus bearbeiten, um die entsprechenden Präparationsgrenzen anzupassen. Es empfiehlt sich auch, die Farben in Dental Designer auszublenden, um nur die Scanstruktur darzustellen. Dadurch werden die Erkennung und Festlegung der Präparationsgrenze des Stiftaufbaus bedeutend erleichtert. Stellen Sie sicher, dass beide Präparationsgrenzen ohne scharfe Kanten dazwischen platziert wurden. Im Teilschritt Smile Composer, der Vorkonstruktion der Anatomie, platzieren Sie zunächst die Anatomie der Krone, um einen optimal geformten Stiftaufbau im weiteren Prozess zu modellieren. Für weitere Informationen zu den Konstruktionswerkzeugen, sehen Sie sich das Video Smile Composer mit integrierten Freiformwerkzeugen an. Im nächsten Schritt werden individuelle Elemente für den Stiftaufbau modelliert. Im ersten Teilschritt, Stiftkonstruktion, können Sie die Stiftrichtung festlegen. Den Zementspalt für den Stift und den Aufbau anpassen. Unterschnitte entfernen oder eine Fräserradiuskorrektur über ein Kontrollkästchen anwenden. Sie können auch die Einstellungen für Fräsradius und Abstand für die Fräserradiuskorrektur anpassen. Da Dental Designer Fehler mit mehreren Stiften unterstützt, können Sie weitere Pfosten hinzufügen. Wählen Sie dazu ein entsprechendes Stiftaufbausystem und den passenden Typ. Klicken Sie auf die Schaltfläche, neuen Pin hinzufügen und anschließend auf den entsprechenden Pfosten auf dem Modell. Er wird nun aktiviert. Im Teilschritt Aufbaukonstruktion passen Sie den Aufbau an die Mundsituation des Patienten an. Bewegen Sie den Schieberegler, um die Krone translucenter darzustellen und die Form eines Aufbaus an die Form einer künftigen Restauration genau anzupassen. Sie können auch das Kontrollkästchen Anatomiereduktion aktivieren, im Werkzeug Anatomiereduktion markieren und den oberen Stiftaufbauteil an die Form der Krone präziser anpassen. Das ist besonders praktisch, wenn nicht viel Raum in der Okklusion verfügbar ist. Verwenden Sie Freiformwerkzeuge, um die Form fertigzustellen oder das Material hinzufügen, zu entfernen oder zu glätten. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Im Teilschritt Montage legt Dental Designer die Einführungskanäle für zusätzliche Stifte fest. Wenn Sie im Teilschritt Stiftkonstruktion hinzugefügt wurden. Sie können auch einen Zementspalt festlegen oder Aufnahmen in Multistifte schneiden, die dem Zahnarzt später von Nutzen sein werden. Wenn Sie zum nächsten Schritt übergehen, wird die Stumpfinnenseite automatisch generiert und Sie können diese durch Anklicken der Schaltfläche Vorschau visuell darstellen. Klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter. Im Schritt Anatomiedesign stellen Sie die Konstruktion der endgültigen Krone fertig. Verwenden Sie dazu Smile Composer Werkzeuge, wie Glätten oder die Option Verbindung mit Präparationsgrenze, um eine Krone mit einem Stiftaufbau zu verbinden. Wenn die Konstruktion fertig ist, klicken Sie auf Weiter. Eine Warnmeldung zur Mindeststärke wird angezeigt, wenn die Konstruktion den vordefinierten Einstellungen für das Material nicht entspricht. Wählen Sie Ja oder Ja für Alle, wenn Sie die im System vordefinierten Einstellungen übernehmen möchten. Sie können nun auf Modell klicken und direkt zum Schritt Bereit, das Modell zu erstellen gehen. Oder Sie speichern einfach die Konstruktion durch Wählen der Schaltfläche, Auftrag schließen und erstellen Sie das digitale Modell später. Und das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.